Also, ein Laserschwert muss schon drin sein. Ich glaube, dass die uns ihr Laserschwert gibt. Wir haben ja jetzt ihr Quest, kann man doch nicht reinschauen. Also, bei der Ende-Quest bekommen wir nochmal kostenlos Power. Nochmal so einen 3-Stunden-Boost. Wo ist denn das Grab? Ich denke mal hier die Straße weiter. Was ist das Terminal? Gegenstandsmodifikationen. Du hast doch die lilanen Kisten und da ist Rüstung drin. Mhm. Und die Rüstung, die da drin ist, haben Modifikations-Slots für vier verschiedene Sachen oder mehr, je nach Ausrüstung. Okay, das machen wir mal offline. Das wird zu viel. Ne, ich habe jetzt gedenkt, wenn das Grab jetzt hier gleich ums Eck ist oder so, ob man dann vielleicht schon mal den Boost drin hau, den wir jetzt schon in der Tasche haben. Können wir machen, wenn wir ja danach wieder einen kriegen. Ich meine, der hält ja auch drei Stunden. Ja, drei Stunden. Dann würde ich sagen, rein damit, ne? War ja frei. Und schon geht es Quinterei los. Ja! Ich habe hier noch eine Bonus-Quest 15 von den Truppen zu töten. Ja, es hat die Zukunft. Schade, ich habe das gar nicht bemerkt. Kriegt man das nicht irgendwie besser gezeigt? Ähm, das kommt. Wow! Mit dem Hit! Du hast ihn ganz schön überfallen. Du hast sofort umgefallen. Ich habe es gemerkt, weil es einfach aufgeklappt ist. Hier besiegt die Bonus-Besiege die durchgedrehten Truppen. Durchgedrehten Truppen. Der chillt am Stall. Wie machst du das? Du feuierst die Blitze ab. Aber treffst mich nicht. Das hier ist Machtsturm am Gewitter. Ja, aber kontrollierst du die Blitze doch? Natürlich. Ich bin komplett elektrisierend. Hast du gewartet, bis ich hier renne, um den Gnadensturz zu geben? Ja. Mhm, mhm. Extra gewartet, bis du dort bist und dann drauf geschissen. Uuuuh, Level 8. Also hier rein ist die Quest von dem Fettsack. Und der Schülerin. Doppelt gemoppelt. Das Grab. Chlorschnecke! Johe! Ne Ähnlichkeit mit Schnecken haben die aber nicht. Das macht's Chlor. Ach. Ich hab die irgendwie stärker in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich hier lang richten... Na, das scheint nicht so. Auf der Minikarte der gelbe, der gelbe drehende Kreis, das zeigt ja an, wo irgendwelche Bereich... Ich nenne den großen. Oh, was war das? Ähm, Questgegenstände werden gelb angezeigt. Ah, ähm, okay. Wow! Es kommt von unten und will mich auffressen. Das, die Spawn-Rate ist so heavy. Kann man überhaupt in, ähm... Ich bin mir nicht sicher, ob sich das auf dem Level schon lohnt, oder ob man nicht einfach durch das normale Weiterquellen sogar mehr XP kriegen. Oh, w-was ist das? Ich hab hier ne kleine Truhe aufgemacht. Ja, und wie funktioniert das jetzt? Schneller! Ähm, das, das, das... Dollar-Währungs-Symbol ist Gier und die Würfel sind Bedarf. Das heißt, wenn du das unbedingt, unbedingt haben willst, drückst du Bedarf. Und ich denk mal auf den Ranzen, mach mal beide Gier. Ich hättest auf den Ranzenbedarf gedrückt. Also du hast beim Ranzen Gier gedrückt? Genau, weil da ist ein Beutel mit Handwerksmaterialien. Und das andere, was ist das? Handgelenke. Handgelenke. Leichte Rüstung. Ähm, die, wo ich jetzt an hab, sind stärker, also mach ich Gier. Ich hab noch keine. Ich hab den Ranzen bekommen, wie funktioniert das jetzt? Um Rechtsklick zum Öffnen. Ich hab acht grüne... Ja, Kristalle. Kann ich jetzt ein grünes Lichtwert baue? Ähm, dafür müsste man erst mal Berufe erlernen. Es gibt Berufe? Wie viele? Viele. Okay. Also das Berufssystem ist auch ein bisschen kompliziert, weil es gibt erstens mal drei verschiedene Arten von Berufen. Das eine sind die Herstellungsberufe, Sammelberufe und dann noch, ähm, ja, so, Gefährtenauftragsberufe. Wow, hast du das grad, sie? Ich bin quer durchs Regal. Nein, ich seh dich gar nicht. Wo bist du hin? Da oben noch. Ich will halt, ich will halt eine Boost nutze, was? Jedes Tier, wo ich sie... Attacke! Ich freu mich auf mein Lichtschwert. Hä, wo bin ich jetzt hier gejumpt? Da hat wohl die Zone nicht gestimmt. Boah, ich hab'n die Waffe weggeschlagen. Da sind schon geile Moves dabei. Boah, ich hab'n das Krieger auf jeden Fall. Bei mir sind halt die typischen Zauberanimationen. Wart kurz, mein Sprung ist nicht bereit. Ich finde halt toll, dass sogar die Heilung hier, ähm, der vom Inquisitor nicht hell aussieht. Hell? Ja, wenn ich dich heile, siehst du den lidernen Schimmer um dich. Mhm. Das ist die Heilung. Es ist eine dunkle Heilung. Ah, ja. Das ist nix anderes, aber... Oh, da ist ein dicker, da ist ein dicker. Hat der Laser-Schwert? Oh ja, paralysiere. Jawoll. Ich hab' auch eine neue Fähigkeit zuletzt gekriegt, und zwar das Wirbeln. Mach Mo. Ich glaub, das ist ein CC. Das ist halt echt alles auf Blitzer hier ausgelegt, beim, beim Inquisitor, beim Hexer. Blitzer. Ich kenn' doch noch so viel. Das mit Blitzer-Arbeit. Das hat rote Back und ist gelb. Ein Pikachu. Ja. Das nenn' ich jetzt Pikachu. Weil mit Blitzer-Arbeit. Wo sieht man irgendwo den Timer von unserem Buff? Ähm, ja. Über da ein paar Tränen, der Mitte. Das leuchtet weiß, und wenn's abläuft, dann... Wenn du drüberfährst mit der Maus, dann siehst du erst mal, wie lang das noch geht. Und die Buffs halten eine Stunde, also du brauchst es nicht die ganze Zeit zu drücken. Ich muss... Irgendwie... Was, Mensch, wo ist das sie? Über dein... Porträt. Da ist nix. Du verachtest... Ja, noch ein... Ah, hier! Okay, okay. Als... Als Bild, ich hab' ne Uhr gesucht. Das ist keine Uhr, das ist sozusagen das... Das weißleuchten, der geht von oben nach unten, dieser Querbalkon. Okay. Da sind unsere nächste Gegner. Attacke! Na, spring rein. Wie sie immer wegfliehen. Oh, der ist doof. Ah, da krieg ich eine Hand. Guck mal, an der Hand, siehst du's? Ja. Der hat ja ganz ekelhaft in die Kisten gepackt. Schau mal, der meditiert. Also, dunkel, rot, leuchtend, glühend, kann ich auch. Boah, ich konnte die Waffe nicht aus der Hand schlagen. Aber der Move dafür war doch. Boah, ich das irgendwie sieht, oah. Da links, das sieht so aus. Gut. Immer zuerst du heiler. Das war leicht. Level 9. Aber das sind doch gescheiterte Achyloten. Warum schießen die mit nem Blaster? Naja, er hat das mit nem Blaster nicht gelernt. Der in der Mitte. Der in der Mitte. Oh, er macht Blitze. Er macht Blitze. Ich hab der Heiler nicht gesehen. Ach Gott. Ich glaub, hier scheiden sich wieder unsere Wege. Sehr, ich muss der Heiler noch verklaven. Okay. Huch. Minik. Oh, der ist auch so ein Jumper. Aber der scheint zwei Lichtschwerter zu haben. Siehst du das rote Kreuz über ihm? Mhm. Das heißt, dass er ein Marodeur ist, weil du hast ja so ein lilanes Symbol über dir. Das heißt, du bist Juggernaut und er ist Marodeur, also mit zwei Lichtschwertern. Das find ich cool, dass man das so erkennt. Okay, dann... Wieder viel Spaß in deiner Zwischensequenz. Wenn ihr die sehen wollt, müsst ihr bei Fähig auf den Kanal gehen. Dann könnt ihr immer ihr Storyline sehen. Jetzt kommt erstmal hier meine. Bis später. Schau mal da. Wir sehen in Harry Potter der Feuerkelsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hm. Bei Harry Potter war es nur einer. Was ist hier los? Was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen? Blau pulsierendes Etwas. Wird wohl wichtig sein. Ja, super. Und drauf da. Egal wie groß. Ein paar Blitze von unserem Pikachu, von der Seite wären ganz toll. Nie, ist so doof, wenn man sie braucht. Mal längst, was gut ist dabei. Ein Gürtel. Natürlich anziehen. Mal sehen, ob unserer Fee das auffällt, dass sie einen neuen Gürtel haben. Das war's hier. Ja, sieht so aus. Ich bin bestimmt Erster. Schneller, 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 schneller. Ja, ichable. Fuck. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017